Amar Khadrish hatte keinen Passierschein. Boom! Boom! Wenn er da passieren will, fragst du nach dem Tasselich. Das heißt, dem Passierschein. Wer keinen Tasselich hat, geht mir nach Hause. Klar? Auf der Straße erweisen sie mir große Ehre, weil sie wissen, dass ich der Vater von Farns Hanisch bin. Natura scheint. Sie betet für deine Gesundheit, Tissi. Nicht aus dem Haus gehen, wenn man nicht muss. Versuch doch zu verstehen, sie hatte einen Papa. Ihr Papa würde bald sterben. Ich wollte doch nur das Richtige tun. Ich wollte doch nur das Richtige tun. Warum Gott? Warum? Sie haben versprochen, dass ein Taxi auf ihn warten würde. Sie haben es versprochen. Getötet zu werden vor deiner Ehre Thron. Boom! Man konnte die Wut in ihre Venen sickern hören wie Gift. Mein Bruder ist durch die Hand des Weins gefangen. Und dein Vater auch. Und dann gab es die, die kamen und ihren Schock ausnutzten. In Allas Namen. Memoriere es dir. Auf einen Zettel am Kühlschrank. Schreib es mit Kuli in den Kalender. Mit Lippenstift auf den Spiegel. Mit Spray auf die Hauswand in die Straße. Die einfache Wahrheit. Auch auf der anderen Seite der Grenze. Gibt es Mütte wie dich. durch die kaufen. Gott da. Gu dec head.